Guten Morgen zu Ihrem Krone-TV-News-Update. Rund 11 Prozent der Covid-19-Erkrankten in Österreich sind am Mittwoch in Spitälern betreut worden. Von den rund 5.500 bestätigten Fällen mussten bisher 1,6 Prozent, das heißt rund 90 Personen, auf Intensivstationen behandelt werden. 31 Menschen sind bisher in Österreich an dem neuartigen Virus verstorben. Zehn Tage Ausnahmezustand haben das Land verändert. Und auch die Kriminalität hat sich mittlerweile angepasst. Während die Zeiten für Einbrecher und Diebe hart sind, treten neue Verbrechensformen aus dunklen Schatten. Neben den Betrugsmaschen im Internet mit Schnelltests und Co. gibt es etwa auch den adaptierten Enkeltrick. Skrupellose Telefonbetrüger täuschen verängstigten Pensionisten vor, dass enge Verwandte mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen und dringend Geld benötigen würden. Die Polizei mahnt zur Vorsicht. In unserer aktuellen Talk-Sendung Hashtag Brennpunkt zeigt sich der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hoffnungsfroh, dass bis zum Herbst alle Probleme mit dem Coronavirus überwunden sein sollen. Laut derzeitigem Stand bleibt der Wahltermin zur Gemeinderats- und Bezirkswahl im Oktober aufrecht. Über den genauen Wahltermin möchte Bürgermeister Michael Ludwig sich in den kommenden Tagen mit dem Koalitionspartner den Grünen beraten. Die finnische Hauptstadt Helsinki wird wegen des Coronavirus abgeriegelt. Die Aus- und Einreiseverbrote für die Hauptstadtregion gelten ab Freitag und für mindestens drei Wochen, wie Ministerpräsidentin Sanna Marin am Mittwoch mitteilte. In Finnland gibt es bisher rund 880 bestätigte Corona-Infektionsfälle und mindestens drei Todesopfer der Pandemie. Viele Challenges, die in sozialen Medien ausgerufen werden, sind äußerst fragwürdig. Doch die Coronavirus-Challenge, die auf der Videoplattform TikTok ihren Ausgang nahm, ist an Dummheit und Ekelhaftigkeit wohl kaum zu überbieten. Selbsternannte Influencer leckten beispielsweise Toilettensitze oder Muscheln ab, um sich über die Maßnahmen, die gegen die Coronavirus-Epidemie gesetzt wurden, lustig zu machen. Die Strafe folgte für einen jungen US-Amerikaner auf dem Fuß. Er wird nun im Spital gegen die potenziell tödliche Krankheit behandelt. Das war Ihr News-Update am Morgen. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie daheim.